Hallo, liebe YouTube-Gemeinde! Ich bin Arzaki und ich heiße euch recht herzlich willkommen zu Skyrim! Aha, das war eine Kackbegrüßung! Super! Läuft bei mir! Immer so, immer so! Ah, ja, wir machen da jetzt weiter, gell? Wir müssen dorthin, das Horn holen und dann sind wir wieder Meister der Meister. Wir haben es dann geschafft. Ich bin da schon etwas näher hingereist, gell? Ich habe da nämlich in der Umgebung ein Ort entdeckt und... Ja, das wollte ich uns auch sparen. Jetzt müssen wir hier noch ein bisschen laufen und dann haben wir es geschafft! Ich kenne ganz zufälligerweise, kenne ich diese Hütte noch. Das ist ja die von der komischen Assassinenbruderschafts-Ding. Na du! Eine wunderschöne Nacht, um spazieren zu gehen. Ja, das blöde, sicher blüde ich vergessen. Ich habe die da stehen lassen, die Frau tut mir so leid. Ich bin irgendwie ein Arschfreund, hm? Hup, da liegt einer! Ja, Moment, wenn ich Lüdi nicht mit habe, muss ich, logischerweise... Aha, wo steht es denn? Hier! Brauche ich einen anderen, Kompadre! So, Schatz aus! Uuuuuh! Aber, uuuuuh! Nehme ich nicht mit! Nehme ich nicht mit! Lass, nehme ich gern mit! Stehst du auf? Gut! Hier ist die Tür, gehen wir ran und herrück! So, wir werden nur ein bisschen... ...bisschen Bogenschießen-Skillen. Geht's dir eigentlich gut, oder? Äh, bedeutet das jetzt... Ja? Moment, ich speichere lieber... ...Dietrich, obwohl Dietrich habe ich eh schon so viele, ich kaufe immer wieder welche. Oh, mein Gott! Ich ziehe es vor, mir nicht durch Arbeit die Hände schmutzig zu machen. Moment, da kriege ich einen Headshot hin, oder? Pssst! Oh, Schleichen verbessert! Ha! ...Selbst tot sind sie praktisch nutzlos. Scheiße, er hat mich entdeckt! Oh! Der weicht einfach so meinen fliegenden Pfeil aus! Uuuuh! Sterben! Nonononono! Ich könnt, ich könnt mich erheben. Ich könnt mich erheben! Oh, Gott, das Money-Fuck ist leicht! Ma! Die Arcana-Energie, die steckt in meiner Hose! Es tut mir leid. Hey, ich kann mich nicht bewegen! Ich kann mich nicht bewegen! Ich werde euch verändern und sehen! Ja! Oh Gott, wenn du so weitermachst, wäre es beinahe passiert. Lass sie mich mit, kann man verkaufen. Tut mir leid, dass ich dich jetzt ausziehen muss. Aber... Ja, tschau. Gut. Mein Freund ist schon tot. Mein Begleiter, das ist ein bisschen schade. Na, guck mal, wie oft ich daneben geschossen habe. Wie peinlich. Mächtiger Lehrer, Seelenstein und das nehme ich alles mit. Und wir speichern wieder. Ja gut, ich werde euch jetzt nicht mehr erwecken, denn das bringt ja nichts. Sie können es ja nichts. Da bin ich mit meinem Bogen ja noch besser. Oh, aber das... Nein, ist niemand... Das war... Das war nichts. Alles gut. Acht Kilo kann ich nicht mehr. Alles ist gut. Was? Da ist anscheinend doch wer anderer. Ich rette dich. Ich rette dich doch nicht. Aber ich hab's versucht. Oh, das war... Oh, das war der Fall ab. Oh, tot. Gut. Tot. Wann level ich wieder? Ich muss leveln. Habe ich nicht noch Punkte? Ja, ich hab sogar noch einen Punkt zu vergeben. Müssen wir kurz gucken. Schießen. Schießkunst. Hier 48. Okay. Wir könnten... 10% Chance. Auf kritischen Treffer. Wenn du zielen. Block drückst. Korn. Oh, das ist wichtig. Das ist wichtig. Denn ich hab ja kein Aim. Das brauche ich einfach dann. Zombie. Wenn du lebt, einen schwachen... Könnte ich was checken. Kann ich auch noch tragen. Okay, gut. Dann nehmen wir den mit. Gott. Wehe jeder von euch hat. Ich hab den Zauberstab einstecken. Dann schaut's aber... für mich nicht so gut aus. Ah, ich nehm jeden Dreck mit. Ich nehm jeden Blödsinn mit, den ich finden kann. Das ist nicht gut. Oh Gott. No, 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 no. Jetzt hab ich ein Problem. Ah, das ist leer. Okay, gut. Das sind zu viele Uhren. Und das ist... Gut fürs Börser, aber schlecht fürs Inventar. Weil ich dann überfüllt bin. Oh. Leer. Ah, das war nicht leer. Aha. Ah. Ich level nix. Das ist schade. Warum level ich nix mehr? Das hat bestimmt mit einer Mod zu tun. Weil ich mir jeden Dreck runterladde, den es gibt. Das ist ein Fehler. Ich denke, ich muss hier... Muss ich hier runter, oder? Wo ist das los? Normalerweise sollte das die Zeit verlangsamen. Aber das muss ich, glaube ich, noch skillen, ja. Bleib ruhig stehen, Junge. Ich bin gleich bei dir. Perfekt. Okay, ist gut. Oben gucken, ob alles in Ordnung ist. Haltrenke brauche ich so viele schon. Das ist Wahnsinn. Gut, 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 gut. Ich speicher. Lieber mal. Ich höre Schritte. Gut. Mal schauen. Ich könnte ja auch so Assassinen-Style machen, hm? Höre ich hier noch Schritte? Boah! Da muss man definitiv schnell sein. Aber ich brenne trotzdem. Das ist super. Der ist tot. Du hast mich nicht gesehen. Oh, das war Hedgehardt. Entdeckt. Fuck. Fuck, fuck, fuck. Und versteckt. Super. Da, nicht von hier. Okay. Nein, warum dreht er sich weg? Katastrophe, der Typ. Hey. Warte, vielleicht kommt er ja wieder. Na, nicht runterfallen. Kann runterfallen. Blöd, aber ich habe ihn noch erwischt. Kommt er nicht? Kommt er nicht? Da ist er. Da ist er. Hedgehardt. Wunderschön. 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 Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Wo börs ich hin? Ich weiß nicht, ob ich richtig bin. So, warte mal. Ja, genau. Nein, 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 nein. Ups. Entdeckt. Grüß dich. In die Knie schießen. Das ging daneben. Ups. So. So. Öffne. Öffne dies. Perfekt. Easy, Junge. Easy, Junge. Nimm das bitte. Stahlbahn. Jetzt wird es langsam knapp. Bald kann ich nichts mehr tragen. Schließt es jetzt da? Ah ja, gut. Das schließt wieder. Okay. Ja. Lass mich kurz hier hoch gucken. Ah, ein Trunk. Das war's. Okay. Oh, da müssen wir sneaken. Okay, ich dachte, da wäre einer gewesen jetzt. Schauen wir mal, wie gut wir das hinbekommen. Ah, da hinten. Warum mache ich das so? Ich weiß nicht. Tut mir leid. Bam. Der ist weg. Okay. Die sind jetzt ein bisschen vorsichtiger. Finde ich in Ordnung. Können die ruhig sein. So, abgelenkt. Weg. Drüber. Lade Gottes. Weg. Okay, ich habe keinen Plan, was das jetzt war. Ah, die sterben, wenn sie den Weg hier gehen. Okay, gut zu wissen. Okay, das ist eine Falle. Aber sonst gibt es hier niemanden mehr, oder? Ich habe sie alle erledigt. Ja, gut. Muss ich nicht gucken. Die haben eh selten was Gutes. Oh. Oh, ist mir klar. Das ist mir klar. Das war vollkommen klar, dass das passieren wird. Ah, das siehst du. Gut, lass mich hier oben irgendwie noch gucken. Das würde ich gerne machen. Ah. Ah, ich habe es geschafft. Ah, das brauche ich nicht. Ah, brauche ich nicht. Ganz ehrlich, weil ich kann sie nicht tragen. Okay, und ich beschwere mir lieber meine Waffen selbst. Ich denke sogar, die sind dann stärker. Ich bin jetzt nicht sicher, aber denke schon. Dass umso besser ich in Beschwerung bin, umso stärker sind die Waffen. Und wenn ich dann auch noch die speziellen Attributen und Dinge habe, ne? Also irgendwas mit irgendwas. Ihr versteht's? Gut, ich denke, das war's. Ich kann hier rüber gehen. Ah, ich höre noch wehen. Ist schön, aber nicht. Ah, grüß dich. Ich trage zu viel mit mir. Okay. Ich kann nicht laufen. Irgendwas muss ich da lassen. Da müssen wir gucken. Da müssen wir gucken. Okay, also was brauche ich wirklich nicht? Okay. Schauen wir mal. Die ganzen Amulette und so. Moment. Wir machen das so. Wir machen das so. Wir gehen mal auf Sonstiges. Okay. Gucken wir mal nach. Eisenbahn. Tun wir mal jetzt weg. Okay. Fackeln tun wir mal weg. Ah, den brauchen wir nicht. Ah, Silberbahn. Ne, ich kann wieder rennen. Ich kann wieder rennen. Alles ist gut. So. Okay. Mir ist vollkommen klar, wie das funktioniert. Ich muss schreien. Am besten, glaube ich, wäre nicht Wirbelwind-Sprint, oder? Oder doch? Ah, perfekt. Wer hier? Hallo? Fuck, was ist los? Wow, 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 wow. Neue Stufe erreicht. Ah, Spiderman. Ah, Spiderman. Oh, sch schreien. Wow, pick Mama. Daddy. Wow, 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 wow. Wow, wow, wow. Wow, 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 wow. Ich muss das endlich skillen, dass ich mich mit dem Bogen auch viel schneller bewegen kann. Das ist ganz wichtig. Und wenn ich weiterhin auch im Bogen nützen möchte. Weil es ist... Ich finde Bogenschießen ziemlich cool in dem Spiel. Okay, es ist... Ah, perfekt, tot. Super. Na, komm schon. Episch! Aber jetzt muss ich noch so cool gehen. Ich bin der Erzmagier und das Drachenblut. Ich bin der Beste! Okay, es gibt hier kein Horn. Das war mir klar. Das wusste ich doch, das wusste ich doch. Ich muss mit euch sprechen, dringend. Miete das Zimmer im Gasthaus Schlachtfeld. Okay. Schlau und Riese, machen wir das. Gucken wir noch kurz hier rein. Was gibt es hier Schönes? Astauer, obwohl Astauer... Ja gut, es ist nie verkehrt, wenn es du andere Getränke bei dir hast, okay? Aber die ganzen Dinger hier kann ich wieder verkaufen. Und... Leer? Leer? Alle leer? Na, hier nicht. Gut. Wow, Schatzkammer! Äh! Gib mir Gold! Gib mir der Mane! Super, Dankeschön. Ich kann noch rennen, aber bald nicht mehr wetten. Jetzt kriege ich was Cooles. Veränderungszauber kostet 17% weniger Magic. Das nehme ich mit, denn, ähm... Entzaubern, okay? So, generell... Ah, Bogen, wie viel... 25%! Er will auch einen Schaden. Das nehmen wir mit, und dann... Oh... So, das nehme ich mit, und... Verzauberung, das nehme ich auch mit. So, jetzt trage ich aber zu viel. Muss ich irgendwas da lassen? Bekleidung? Nee. Waffen. Was habe ich an Waffen, die ich nicht brauche? Das Silberschwert, tschüss. Blitzer. Überlebt schwache Tote. Ah, die wollte ich aber verkaufen. Das will ich verkaufen, verkaufen, verkaufen. Wir könnten... Essen. Wir könnten einfach mal was essen. So, genug gegessen. Okay, wir könnten gucken. Bücher habe ich irgendwas von Büchern? Ich weiß nicht. Bei Büchern weiß ich nie, was ich weghauen soll. Zutaten. Ähm, wir könnten die theoretisch... Ah, da müsste ich aber vorher speichern, weil ich habe Angst, das könnte mir ja einiges passieren. Oder? Nee, warte, Moment, Moment, ich habe einen Plan. Ich habe den Plan der Pläne. Ich hoffe, das zieht danach schön. Einmal ausnahmsweise wieder mal auf Ausdauer geklappt. Und es hat nicht funktioniert, denn ich bin genau 4 Kilo drüber. Okay, dann. Speichern. Zutaten. Und wir essen. Wir legen los. Wir futtern. Wir futtern. Ohne Probleme. Also ich brauche nicht so viele Schmetterlinge futtern. Komm schon, komm schon. Wir haben es gleich. Ich werde sicher sterben, oder? Irgendwas wird passieren. Überdosis und Tod. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was passiert mit mir? Ich sterbe. Ich lebe. Ich bin stärker und schwächer zugleich. Ich bin schwer angekriegt. Ich weiß nicht, blind. Alles Mögliche gerade eben passiert. Super. Schauen wir mal aktive Effekte. Anfällig für Blitz. Anfällig für Frost. Für Frost. Für Gift. Anfällig für Gift ist glaube ich jeder, oder? Na ja. Feuerresistenz. Das ist ja so geil. Oh, warte mal gucken kurz. Na, nicht viel besser. Aber wurscht. Wir können los. Wir haben es geschafft. Wir können los. Wir können los. Wir haben es geschafft. Wir müssen los. Wir müssen los. Nö, gar nicht. Da habe ich gar nicht reingeguckt. Blitzresistent 14. Super. Jetzt will ich das mitnehmen. Oder war ich da noch gar nicht drin? Kann denn das die Möglichkeit sein? Da ist leer. Leer, leer. No. Äh, vielleicht war ich da noch gar nicht drin. Okay, kack auf den, auf den, auf das Schild. Das brauchen wir jetzt nicht. Ich brauche einen Ausgang. Wo ist hier der Ausgang? Gut. Und irgendwann müsste ich Lüdi auch wieder abholen. Aber so level ich viel mehr. Ja, wenn sie nicht dabei ist, weil die ist einfach, sie hat zu viel Power, die Lüdi. Die macht alle fährig, ich schaue das nicht schon. So, wir müssen jetzt Flusswald, denke ich, oder? Ich habe eine Mord, das verändert ein bisschen Flusswald. Ich finde es schon ziemlich geil aus. Okay, ich stehe jetzt extrem auf Flusswald. Flusswald ist jetzt der Böner. Okay, ich habe keine Ahnung. Der Dau. Geil, oder? Viel mehr Bäume. Das ist auch im Weißlauf so. Und in Einsamkeit ist es leider nicht so. Und den Rest weiß ich nicht. Oh. Nein. Ich habe keine Ahnung. Warte, wir warten, bis das unschuldige Kind weg ist. Dann antworte ich, okay? Ja, ich bin ein Drachenblut. Eure Lügen stoßen auf taube Ohren, Betrüger. Betrüger? Ihr seid nichts als sein Abklatsch. Ich glaube... Alle werden Zeuge von Fürst Mirax erscheinen werden. Keiner wird sich ihm in den Weg stellen. Du hältst jetzt mal in dein Schnauze! Oh. Oh, 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 oh. Wir haben eine große Macht. Ja, ja, es tut mir leid. Einer ist weg. Es ist ganz wichtig, es darf keiner von euch sterben. Das ist mir wichtig. Was hieß? Es ist ein... Okay, ganz wichtig. Ich will jetzt kurz gucken. Ich hoffe, ich habe... gehört, dass sie die Dämmerwacht zurück ins Leben gerufen haben. Vampirjäger oder so in der alten Festung der Nähe von Lifton ist vielleicht sogar etwas verliebt. Ähm... Ja, ich hoffe, es leben noch alle. Das wäre nämlich toll. Habe ich keinen Bock, dass irgendwer von euch drauf geht. Du darfst. Soll ich jetzt beeindruckt sein? Absolut. Tja. Du lebst auch noch. Das ist gut. Mögen die Götter über eure Kämpfe wachen. Mögen sie das tun. Okay, Kultist. Das nehmen... Oh, warte mal. Das wiegt ja nur eines. Das wiegt fünf. Ja, aber ich brauche die Maske auch dazu. Es geht nicht anders. Hey, ich kann nicht dir was geben. Ich muss was verchecken. Ich muss was verkaufen. Hey, du. Kann ich noch ran? Gut. Was geht ab? Grüße, Grüße. Ah, Moment. Ich muss verkaufen. Okay. Nimm das. Und nimm das. Und nimm das. Und das. Und das. Ähm... Ja, das kannst du eigentlich auch nehmen. Was mache ich mit solchen Fragmenten? Ich weiß es nicht. Gut. Ich glaube aber trotzdem noch nicht, dass ich herumlaufen kann. Ah, warte. Ich habe doch die, die, die... Schutzgeist. Und... Den lasse ich. Den lasse ich. Ja, schwachen Toten wieder. Obwohl... Kannst du ja haben. Ja, kannst du ja haben. Pachion ist gut so. Habe ich wieder ein bisschen Kohle und kann ein bisschen was tragen. Das ist gut. Der ist ausgezeichnet. Okay. So, ich will nur gucken, wo liegt der? Hier. Was hat denn der so einstecken? Vampirstab. Hey, war das denn vielleicht ein Vampir? Kann das sein? Kann ja möglich sein. Aber wir wollen die Quest jetzt mal abschließen. Das ist ganz wichtig. Hallo, du. Ich betreibe das Zimmer unter dem Dach. Nun, wir haben kein Zimmer unter dem Dach. Aber ihr könnt das Zimmer auf der linken Seite haben. Fühlt euch wie zu Hause. So ist so. Mache ich immer, mache ich immer. So, jetzt pellen wir mal ein Stündchen oder so. Alles ist gut. Oh, dann schlafen wir mehr. Sie ist noch nicht kommend. Machen wir mal 21 Stunden Schlaf. Hey, ich bin schon seit Wochen wach. Okay, ein bisschen kürzer. Ihr also seid das Drachenblut, von dem ich schon so viel gehört habe. Ich glaube, ihr hattet das hier gesucht. Wir müssen reden. Folgt mir. Okay, ich komm. Schön was saufen. Das ist gut. Okay. Jetzt ins Bett. Ups. Geil, 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 geil. Geil, geil, geil. Ruhe, da darf ich reingucken? Gib mir Kohle, gib mir das. Und ich nehme das auch noch. Da ist noch eine Ruhe, oder? Die ist leer. Fuck. Kohle, 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 Kohle. Kohle. Die Graubärte scheinen zu glauben, dass ihr das Drachenblut seid. Ich hoffe, sie haben recht. Ähm. Seid diejenigen, sind so angegangen? Ja, das war klar. Allmählich werde ich wohl ziemlich gut darin, die harmlose Tavernenbesitzerin zu spielen. Man kann nicht vorsichtig genug sein. Die Spione der Talmoor sind überall. Was wollt ihr von mir? Ja, dann sprich. Wie ich in meiner Mitteilung erwähnte, habe ich gehört, dass ihr vielleicht ein Drachenblut seid. Ich gehöre zu einer Gruppe, die schon sehr lange nach euch sucht. Nun, nach jemandem wie euch. Das heißt, wenn ihr wirklich ein Drachenblut seid. Bevor ich euch mehr sage, muss ich sicherstellen, dass ich euch vertrauen kann. Ah, ja genau. Woher weiß ich, dass ich euch trauen kann? Ich bin so dumm von euch überhaupt hierher zu kommen. Stimmt eigentlich. Gut, ich vertraue dir absolut. Wir erinnern uns an das, was bei den meisten in Vergessenheit geraten ist. Dass das Drachenblut der ultimative Drachentöter ist. Ihr seid die einzige Person, die einen Drachen dauerhaft töten kann, indem sie seine Seele in sich aufnimmt. Könnt ihr es tun? Könnt ihr die Seele eines Drachen in euch aufnehmen? Absolut. Ich kann noch einiges mehr. Jetzt ist nicht die Zeit dafür, den widerstrebenden Helden zu spielen. Entweder seid ihr ein Drachenblut oder nicht. Aber das werde ich bald genug mit eigenen Augen sehen. Ja, warum habt ihr das Horn entwendet? Wenn die Graubärte euch für das Drachenblut hielten, würden sie euch schicken. Zumindest sind sie berechenbar. Als ihr hier auftauchtet, wusste ich, dass die Graubärte euch geschickt hatten. Und dass ihr kein Spitze der Talmoor wart. Okay. Das Drachenblut, ähm... Drachen kehren nicht einfach zurück. Sie kehren ins Leben zurück. In all den Jahren waren sie nicht einfach an einem anderen Ort. Sie waren tot. Vor Jahrhunderten getötet von meinen Vorgängern. Nun geht irgendetwas vor sich, wodurch sie wieder zum Leben erweckt werden. Und ihr müsst mir helfen, das aufzuhalten. Äh, ein bisschen creepy, ja? Vor einigen Jahren habe ich einem Kollegen fast genau das gleiche gesagt. Wie sich herausstellte, hatte er recht und ich unrecht. Ah, wieso denkt er, dass sich die Drachen wieder lebend werden? Ich weiß es. Ich habe ihre alten Grabhügel besucht und sie leer vorgefunden. Und ich habe herausbekommen, wo der nächste Drache ins Leben zurückkehren wird. Dort werden wir hingehen und ihr werdet diesen Drachen töten. Wenn es uns gelingt, sage ich euch alles, was ihr wissen wollt. Gut, ähm... Künishain. Dort in der Nähe befindet sich ein altes Drachengrab. Wenn wir dorthin gelangen können, bevor es geschieht, finden wir vielleicht heraus, wie es aufzuhalten ist. Okay. Lass uns einen Drachen töten. Moment, ich bin noch nicht ganz bereit, umzugehen. Ich kann nicht warten, bis sie eine Entscheidung trefft. Wir treffen uns in Künishain. Vergeudet auf dem Weg dorthin keine Zeit. Okay, ja, gut. Ich kann jetzt nicht gleich mitgehen, okay? Ich habe hier noch einiges vor. Mein Gott. Ich muss gucken, ob ich hier was nehmen kann. Das ist besser. Machen wir uns auf den Weg nach Künishain. Ich dachte, die Truhe wäre leer. War doch gar nicht extrem. Wie hat die das gemacht? Hm, gut. Hey. Ich bin auf Reisen. Wie die Herrin. Ordner, ich bin auf Reisen. Ich will kurz gucken. Drachengräber. Ich glaube, ich bin schon dran vorbei, gell? Oh mein Gott. Erst habe ich das jetzt nicht oder bin ich echt? Oder ist es sonst hier? Kann das sein? Ah ja, da. Ausrüsten. Favoritieren. Fallen lassen. Okay. Ja, warte mal kurz. Ach so, geht jetzt nicht. Oh ja, warte. So. Werden mir jetzt alle Drachengräber anzeigt? Ich muss hier hin. Okay, ist gar nicht so weit weg von Windhelm. Das ist gut. Fuck, wo ist Lydia? Hier ist Lydia, gell? Hier. Denke ich. Dass hier Lydia irgendwo ist. Okay. Ja gut, dann wird das gewesen sein. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Macht's das gut, haut rein und immer brav sein. Tschüssi. Tschüssi.